Jo Leute, willkommen zurück zu Hashtag FragKlanEvo. Diesmal die Frage, hast du irgendwelche Phobien? Ähm, ja, hab ich sogar. Also, was heißt Phobien? Also so panische Phobie nicht, ähm, ich hab ne Eichmophobie. Ich habe Angst vor spitzen oder scharfen Gegenständen, beziehungsweise eher spitz zu laufenden Gegenständen. Ähm, fühl ich mich unwohl. Also, es ist definiert als Phobie dann. Ähm, ich weiß nicht, sowas wie Kakteen oder sowas. Das ist, ähm, oder allgemein irgendwo, wo was spitz zuläuft. Kann ich nicht drauf gucken, dann, äh, dann wird mir, dann wird mir übel. Ähm, aber ansonsten, nö, nix. Tja, ich weiß auch nicht, warum ich, äh, Angst vor, vor Spitzen habe, aber ist halt so. Keine Ahnung. Hashtag Antifrag, habt ihr irgendwelche Phobien? Ich glaub's auch. Okay, gut, äh, kurze Frage und, äh, weitere Fragen unten. Hashtag Fragkaneiro, beantworte ich euch gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.